Der Spieltag ist vorbei und wir haben einen Punkt gegen den SC Freiburg. 1 zu 1 steht es am Ende und ganz im Ernst, ich freue mich darüber mehr als ich mich darüber ärgere und ich finde dieser Punkt hilft uns wirklich weiter. Wir haben in der letzten Saison wirklich gelernt, dass es um jeden Punkt geht und gegen den SC Freiburg Platz 5 auf der Heimtabelle, einen Punkt zu holen, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Leistung und ich finde auch das heutige Spiel war gar nicht so schlecht, wie ich es erwartet hatte. Wir haben besser gespielt als erwartet und damit willkommen zurück zu einer weiteren Analyse hier auf diesem Kanal. Heute werde ich das Spiel SC Freiburg gegen Hertha BSC einmal analysieren. Ich möchte meine Meinung zu dem Spiel abgeben, ich möchte mir auch mal wieder etwas vom Herzen drehen und ich würde sagen, verlieren wir diese Zeit und sprechen wir erstmal über die Aufstellung, denn wir sind heute mal wieder im klassischen 3-5-2 reingestaut. Es gab aber wirklich viele Änderungen. Gott sei Dank ist Marc-Over Kempf wieder fit gewesen, denn Kempf ist heute für Augs noch hell in die Innenverteidigung gerückt. Marvin Platten hat es auf links gerückt, Martin Dadej ist auch wieder mit dabei gewesen. Ansonsten sind heute Camp Prince Boateng und Tolga Chigetchi im Mittelfeld gestartet, neben ihm Toussaint und dafür ist dann Suat Serdar sogar rausgerückt auf rechts. Marco Richter hat leider gefehlt. Ich sage euch so, wie es ist mit Marco Richter, wäre die Partie heute nochmal besser gewesen. Aber dafür startete Jonjo Kenney, hat heute denke ich auch einen soliden Eindruck gemacht. Im Sturm ist dann letztendlich die Doppelspitze aus Kanga und Lüke Baku entstanden. Die, finde ich, heute auch einen recht guten Job gemacht haben. So, ich würde sagen, sprechen wir über das Spiel. Erstmal über die ersten Minuten, denn ich finde die erste Halbzeit, die war wirklich gut. Wir haben kaum was anbrennen lassen und es sah so aus wie Dadej Fußball. Wir standen hinten sehr kompakt und stabil. Und offensiv sind wir kaum so ganz in Erscheinung getreten. Das war jetzt so die erste Halbzeit. Offensiv sind wir null gefährlich gewesen, außer mit einem einzigen Kopfhörer von Doudou Koubakio und diesem Seitwärts hier von Wilfried Kanga. Ansonsten waren wir überhaupt nicht gefährlich in der Offensive. Aber genau so muss es ein Auswärtsspiel angehen. Wir haben es gesagt, gegen Leverkusen und gegen Hoffenheim sind wir einfach zu offensiv gestartet. Wir haben hinten viel zu viel Raum gegeben und dieser Raum wurde sowas von konsequent ausgenutzt. Und heute sind wir nicht ins offene Messer gelaufen, sondern haben erstmal die Struktur hinten gehalten und haben gegengehalten, gegen den Freiburger Druck. Auch wenn ich sagen muss, nach 30 Minuten kamen wir so richtig ins Schwimmen. Ich finde die ersten 20 Minuten, dort hatten wir extrem viel und teilweise lange den Ball und haben auch durchaus gute Passstiften gezeigt. Aber so nach 20 und 30 Minuten, Alter, da kam Freiburg so richtig ins Rollen und ich dachte, jetzt schießen die vielleicht noch ein Tor. Aber wir haben den Druckstand gehalten, haben die Freiburger echt gut wegverteidigt, haben kaum Platz gegeben und hatten vor allem Höder sehr guten Griff. Höder wurde von Kempf und Dadell super bearbeitet. Das haben sie echt toll gemacht, muss ich sagen. Ich finde, die Verteidigung hat heute, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, echt einen guten Job gemacht. Wir haben einfach heute auch diszipliniert gespielt. Es war diszipliniert und es war zwar kein Champagnerfußball, den wir gespielt haben, aber wir haben es gelernt. Dieser offensive Fußball bringt wenigstens. Deswegen musst du defensiv die Lage dicht halten und dann holst du vielleicht auch Punkte. Es war wow. Wir haben gut verteidigt. Vor allen Dingen in die Luft hatten wir gut im Griff, viele Luftzweikämpfe geführt und ich finde, das hat sehr, sehr gut geklappt. Also gegen den Ball war das Spiel an sich in Ordnung. Wir haben gut verteidigt. Unser Anlaufverhalten war auch einfach ein bisschen koordinierter als zuletzt gegen Hoppenheim und trotzdem muss man eben sagen, dass unser Spiel mit dem Ball, ja, das war gar nichts. Tolga Chigetchi und Cameron Sporthang haben immer zurückgepasst, haben nicht den Weg nach vorne gesucht. Duiduke Bakio war der Einzige, der so mit Einzelaktionen etwas erzeugen kann. Willi Kanga hängt viel zu sehr in der Luft und das ist mir heute auch wieder aufgefallen. Willi Kanga, ich verstehe nicht, warum er in der Startformation steht. Jessy Ngank kam erst reingekommen und hat es viel besser gemacht und sollte auch hoffentlich gegen Leipzig wieder in der Startformation stehen. Aber ansonsten hatten wir wirklich offensiv kaum Möglichkeiten, bis auf halt eben eine sehr gute Einzelaktion von Duiduke Bakio. Kenny ist, was Flanken angeht, ja, sehr, sehr schwach gewesen, aber das ist logisch. Kenny ist ja sowieso ein Rechtsverteidiger, der sich überhaupt offensiv gar nicht einschalten kann, sondern der eher halt eben defensiv dafür da ist, die Lage nicht zu halten. Und Marvin Platten hat, der kommt mit seinem Tempo da überhaupt kaum hinterher. Und ich glaube, heute kam nur eine Flanke von ihm, also das war an sich auch etwas zu schwach. Das heißt, defensiv waren wir recht solide aufgestellt, aber offensiv waren wir auf Einzelaktionen angewiesen. Und somit ging es dann mit einem 0-0 in die Pause, womit man zufrieden sein kann, auch wenn wir die letzten 15 Minuten ein bisschen geschwommen sind. Aber wir haben gut gegengehalten und dann war die zweite Halbzeit, und was soll ich sagen, die zweite Halbzeit, die fand ich etwas besser. Erstmal gehen wir komplett bescheuert in den Rückstand. Ich weiß gar nicht, wie schon wieder so ein Scheiß passieren kann. Also das Gegentor ist so typisch härter. Irgendeinen Freistoß verursachen, wo man echt sich an den Kopf fassen muss, wie überhaupt diese Situation passieren kann. Shigerchi, der diesen Kullerball nicht ordentlich annehmen kann und dann das Foul zieht. Und dann, wie man diese Mauer aufstellt. Und dann, dass Christensen nicht hält. Also das war schon wieder so ein dummer Freistoß, so ein dummes Gegentor. Vor allem, das ist ja nicht das einzige Mal, ne? Wir kriegen ja sau viele direkte Freistoß gegen Tore. Das war jetzt, ich glaube, gegen Wolfsburg hatten wir eins kassiert und dann gegen Leverkusen auch. Also da kannst du dich noch in den Kopf fassen. Das gefühlt genauso gefährlich wie ein Elfmeter aus solch einer Position. Und danach wurde es trotzdem deutlich besser. Wir haben dann gewechselt. Kevin Prince, Boateng raus und Toi Gachi Gachi raus. Dafür kamen Suat Serdar und Jesse Ngankam. Und was soll ich sagen? Dann hatten wir drei Stürmer. Und ich finde, das haben wir viel, viel besser gemacht. Wir hatten in der ersten Halbzeit nur zwei Schüsse. In der zweiten Halbzeit hatten wir acht Schüsse. Das ist wirklich ein überragender Wert. Allgemein in der zweiten Halbzeit viel mehr Möglichkeiten. Natürlich war es offensiv nicht so ein Riesending, was wir da gespielt haben. Aber wir hatten etwas mehr Raum. Mit einer Anspielstation vorne mehr hatten wir auch noch mehr Möglichkeiten, mehr Variabilität. Und somit kamen eigentlich die Bälle reingeflogen. Doi Lücke Bakio vergibt zwei Großdinger. Also wo er alleine auf Flecken zuläuft, das muss das 1 zu 1 sein im Abschiedskampf. Wo er das machen. Und dann hat er glaube ich noch ein Ding vergeben. Aber Lücke Bakio ist so wichtig. Ich glaube, der wird diese Dinger noch machen. Wir sehen es, wie wichtig Doi Lücke Bakio ist. Der heute, heute im Alleingang drei Tore schießen können. Der ist so verdammt wichtig. Allein schon, ja, wie er die Bälle verteilt, was er da macht. Das ist so wichtig. Und ich finde dann auch, mit Jesse Ngankam hatten wir dann noch einen Stürmer drin. Der hat gekämpft bis zum Ende. Der hat gekämpft bis zum Umfallen. Was er gemacht hat, toll, toll, toll. Und sowas sieht man von Kanga nie. Jesse Ngankam, der setzt richtig nach, der in Gang kam. Und gibt alles. Vor allem mit einer Aggressivität. Und das brauchst du im Abschiedskampf. Für mich ist Jesse Ngankam, neben Doi, definitiv gesetzt für die nächsten Wochen. An sich muss ich sagen, Jesse Ngankam, tolles Tor, toll gemacht. Auch ein guter Pass diesmal von Willi Kanga. Und das hat mir dann schon eher gefallen. Ich finde, in der zweiten Halbzeit war es ein etwas ausgeglichener Spiel. Man sieht halt eben, dass Freiburg die Mannschaft ist, die oben steht. Das ist klar. Aber ich finde, wir hätten hier mit einer besseren Chancenverwertung. Ich habe ja gerade gesagt, die Dinger von Doi, da kann auch noch mal ein Ding reingehen. Und dann gewinnen wir das Ding. Ich finde, wir haben hier gegen Platz 5 der Heimtabette, Platz 5 der Bundesliga, einen möglichen Schäfstigaspiranten, ein gutes Spiel gemacht. Wir haben hier heute an sich selbstvertrauen hoffentlich getankt und werden dann gegen die Dosen nachlegen. Die Dosen haben mit 13-0 gegen den 1. Elf von Mainz zu 5 verloren. Die haben 7-0 gegen Manchester City verloren. Die spielen unter der Woche im Pokal gegen Bayern. Wir haben jetzt den besten Zeitpunkt, um gegen RB Leipzig zu spielen. Und da müssen wir alles geben. Vielleicht holen wir da auch einen Punkt. Wer hätte denn mit einem Punkt gegen Freiburg gerechnet? Ich gebe es zu. Ich habe gestern nicht damit gerechnet bei meinem Vorbericht. Von daher freue ich mich umso mehr, dass es gelungen ist. Denn vor allen Dingen auch Stuttgart und Schalke haben verloren. Und wir haben uns jetzt einen Punkt weiter von den beiden distanziert. Wir müssen uns nicht ärgern dafür, dass wir beim Tabellenvierten nicht gewonnen haben. Ich finde, wir haben heute eine ordentliche Partie abgegeben. Wie gesagt, es gibt immer noch genug zu kritisieren. Ich habe ja gerade schon gesagt, also die Bälle, diese Bälle, unsere Pässe sind teilweise immer noch ganz, ganz übel. Die Kommunikation stimmt nicht so ganz. Manchmal sind halt noch viel zu viele Missverständnisse halt einfach auch drin. Und auch Shigerchi und Boateng haben mir heute gar nicht gefallen. Zu viele Kurzpässe. Und vor allen Dingen versucht man nicht Umschaltmomente einzugehen. So, ich finde, uns fehlen so wirklich die Umschaltmomente. Die fehlen uns momentan sehr doll. Ich finde, wir haben viel zu oft das Tempo aus dem Spiel rausgenommen. Anstatt vielleicht mal den Spieler vorne zu suchen. Das ist mir so mindestens noch so ein bisschen aufgefallen. Auch wenn ich sagen muss, dass unsere langen Bälle immer noch ausbauffähig sind. Wir haben heute gesehen, wie wichtig Mark Tondada ist. Wie er unser Spiel bereichert. Das ist echt unglaublich mit seinen Pässen. Und wenn man das mal mit Platten hat in der vorletzten Woche vergleicht, ist das echt übel. Ich freue mich sehr. Ich finde, wir haben ein gutes Spiel abgegeben. Ein ausgerichtendes Spiel. Und darauf kann man aufbauen. Wir hatten heute übrigens auch 1,88 Expected Goals. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Also da hätte auch mehr drin sein können für uns. Das ist definitiv. Wenn man sich in der Effizienz noch steigert. Und wenn man dann noch konzentrierter und vielleicht noch ein bisschen konsequenter ist. Dann wird es auch was gegen Leipzig. Aber ich glaube, die Mannschaft lebt noch. Die Mannschaft lebt und möchte den Klassenheit erreichen. Das sehe ich hier in diesem Spiel. Es war ein gutes Spiel. Darauf kann man aufbauen. Auswärts auch wieder seit Oktober gepunktet. Wichtig und richtig. Und möglicherweise geht was gegen RB Leipzig. Ich würde das Spiel am besten so zusammenfassen. Es waren Fortschritte zu erkennen. Man sollte nicht alles lohnen. Man sollte definitiv nicht alles schön reden. Ich glaube, das Video. Ich habe hier zu viel schön geredet. Weil ich habe heute echt nicht mit einem Sieg gerechnet. Einige Sachen bleiben halt immer noch unterirdisch. Kenny hat mir wie gesagt gar nicht gefallen. Oremovic war heute unauffällig. Und wenn Oremovic unauffällig ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Also hat er heute gar nicht so schlecht gespielt. Und ich glaube, genießen wir erstmal diesen Punkt. Und hoffen, dass es vielleicht die nächsten Wochen etwas besser geht. Spätestens gegen Schalke 04 müssen wir punkten. Und wir müssen auch wieder siegen. Unentschieden, schön und gut. Siege sind aber noch besser. Aber gegen Freiburg darf er sich nicht beschweren. Wir haben jetzt die Saison zwei Punkte gegen Freiburg geholt. Haben zweimal gut mitgespielt. Und ich muss sagen, darauf lässt sich aufbauen. So, kommen wir zu meinen Noten. Oliver Christensen. Ja, das Tor, ob er das halten kann. Ich glaube, wenn er alles reinwirft, ist das Ding definitiv haltbar. Es war halt die Torwart-Ecke. Ansonsten hat er mir heute sehr, sehr gut gefallen. Beim Raunuslaufen sehr aktiv gewesen auch. Viel koordiniert. Ansonsten alles gehalten. Ich dachte bei diesem einen Ding von Höder, oh Gott, oh Gott, das Ding geht rein. Aber Christensen stand goldrichtig. Für mich eine gute Partie von ihm. Sechseinhalb von zehn Punkten. Oremovic unauffällig. Sehr unauffällig. Und das ist ein gutes Zeichen. Ich fand Kämpfe aber doch noch einen Ticken besser. Sechs von zehn. Kämpfe kriegt sechseinhalb von zehn. Martin Dadek kriegt auch sechs von zehn. Ich fand, die Defensive hat heute echt ein gutes Spiel gemacht. Darauf muss man aufbauen. Platten hat, wie gesagt, da wird mir immer noch teilweise kurz übel, wenn ich ihn da vorne zum Beispiel eben nicht sehe. Ja, viereinhalb von zehn. Da geht auch noch ein bisschen mehr mehr Platte. Ken Prince Boateng kriegt von mir auch fünf von zehn. Wie gesagt, zu viele Bälle zurück. Anstatt wirklich mal vorne etwas zu suchen. Teilweise auch komplett bescheuerte Fehlpässe ins Aus oder ins Nix. Zu viele Hackenpässe. Zu viel Kunst. Zu viel Kunst. Einfach mal straight spielen. Geht bei Prince Boateng nicht. Naja, gut. Wie gesagt, fünf von zehn. Toi Gachi Gachi. An sich ein ordentliches Spiel. Aber diesen Kullerball, diesen Fehler, das darf nicht passieren eigentlich. Das darf wirklich nicht passieren. Von daher kriegt Toi Gachi nur viereinhalb von zehn. Toussaint, wie immer ein gutes Spiel von ihm. Ich bin echt überzeugt von Luka Toussaint. Heute offensiv nicht ganz so krass in Erscheinung getreten. Trotzdem sehr viel Drecksarbeit gemacht. Und das ist eben das Wichtige. Von mir sechs von zehn. Kenny. Kenny kriegt von mir heute fünf von zehn. Ich sag euch ehrlich, das Ding am Ende. Ey, die ganze Mannschaft steht versammelt im Strafraum. Und möglicherweise erwartet nochmal jeder einen langen Ball von Kenny, um den nochmal reinzuschlagen. Und was macht Kenny? Er geht zurück und dreht sich um. Also, da habe ich auch das Lachen bekommen. Ich finde Richter deutlich besser als Kenny. Vier von zehn. Doi Luke Bakio kriegt von mir heute sechs von zehn. Mit einem unserer wichtigsten Offensivspieler. Der muss aber mal langsam wieder treffen. Also, ich bin ehrlich, Luke Bakio für mich so, so wichtig. Er muss aber nochmal ein Tor machen. Und Kenny kriegt von mir heute fünf von zehn. Ansonsten unsere Wechselspieler. Jessic kam mir rein zur 60. Minute. Unfassbar wichtig. Mit einer der besten Spieler bei uns. So eine Mentalität, die möchte ich gerne von mehr Leuten sehen. So verdammt wichtig. Sieben von zehn. Und Suat kriegt heute auch sechs von zehn. War etwas besser als Kevin-Spot-Heng. So. Und damit ist es das. Meine Analyse zum 1 zu 1. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch die Zukunftssaison und die Hertha und die Bundesliga verpasst. Wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video. Bis dahin. Genießt den Tag. Schönen Abend euch noch. Und Tschüss.